Herzlich Willkommen bei diesem völlig neuen Projekt, das es so auf meinem Kanal noch nie gegeben hat. Ich dachte mir so, hey, soll ich wirklich der einzige Mensch auf Erden sein, der kein Attack on Titan Content macht? Und wisst ihr was? Ungeachtet dessen, dass Barker-Critic niemals für Mainstream bekannt war, liebe ich Attack on Titan doch zu sehr, um mir diese Gelegenheit entgehen zu lassen und habe mich dazu entschlossen, wöchentliche Episoden-Reviews rauszuhauen. Aber weil ich so ein Typ bin, der es alleine nicht kann, habe ich mir einen Co-Piloten dazugerufen. Ich habe Akira dabei, der seinen eigenen YouTube-Kanal und einen sehr erfolgreichen Twitter-Kanal hat. Hallo Akira. Tag auch. Ist auf jeden Fall ein super empfehlenswerter Kanal, gerade wenn ihr auf Black Clover steht, müsst ihr eigentlich seinen YouTube-Kanal abonnieren. Und noch mehr, wenn ihr Anime- und Manga-Fans seid, müsst ihr eigentlich ihm auf Twitter folgen, weil er ist so ein bisschen News-Station Nummer 1, wenn es um den deutschsprachigen Bereich geht. Auf jeden Fall, meine deutschsprachigen News hole ich auch immer von ihm auf Twitter. Das ist gut zu wissen. Ohne Spaß, ey. Ich hoffe, du löst irgendwann dieser Anime-to-You-Lappen ab. Also, das wäre mir am liebsten. Oha. Nee. Aber ja, Akira, ich habe dich dabei, weil das Ding ist, von all meinen Twitter-Kumpanen, zu denen du ja auch gehörst, die ja auch YouTuber sind, bist du, beziehungsweise sind du und ich die einzigen zwei, die noch keinen Attack-on-Titan-Content auf ihren Kanälen gepublished haben. Und dann dachte ich mir so, lass mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ey. Deswegen, bevor wir hier so episodenweise durchgehen, kannst du mir mal ganz kurz sagen, was ist dein Bezug zu Attack-on-Titan, so von einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du diese Serie? Hast du den Manga gelesen? Bist du aktuell so, what's the deal, yo? Was ist deine Vorgeschichte, bitte? Also, Attack-on-Titan habe ich quasi auch angefangen wie alle anderen mit dem Anime 2013. Und ab da habe ich es auch angefangen zu lieben. Natürlich, Manga-mäßig war am Anfang ein bisschen schwierig wegen der Zeichnung, das wusste man sich richtig gewöhnen dran. Aber allgemein muss ich sagen, in den letzten Jahren, wo ich Attack-on-Titan gelesen habe, verschlungen habe vor allem, bin ich der Meinung, dass Attack-on-Titan wirklich mit 10 gewertet werden sollte, weil die Serie, die Story, die Zeichnung aktuell, vor allem die Zeichnung, wie sich Seyama gesteigert hat, unglaublich. Und ich bin mega zufrieden mit dieser Serie, absolut. Würdest du auch dem Manga eine 10 von 10 geben? Dem Manga gebe ich 100%ig eine 10 von 10 aktuell, weil das, was man in der Story alles begonnen hat, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe bis jetzt noch nie einmal gesagt, dass dieses Kapitel schlecht war. Immer aktuell, bestes Kapitel, muss ich immer sagen. Okay, das finde ich gut, weil ich habe auf jeden Fall eine bisschen andere Meinung, was das angeht, aber dann ergänzen wir uns ja sehr schön. Ich habe tatsächlich Attack-on-Titan, ich glaube, ein Jahr vor dem Anime, habe ich in den Manga reingeschaut und nach zwei Kapiteln das Ganze abgebrochen, weil die Zeichnung ging gar nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der Isayama tatsächlich aktuell extrem in Schutz nimmt, was seine zeichnerischen Fähigkeiten angeht, weil ich finde, dass der Typ sich unfassbar gesteigert hat. Aber ich bin auch so ein Typ, weißt du, so auch als Lehrer, lass nicht schön reden, was nicht gut funktioniert hat. Und der Anfang von Attack-on-Titan, optisch nicht das Beste. Also ich lobe diesen Mann auf jeden Fall dafür, dass er sich wirklich sichtlich gesteigert hat. Und dann habe ich es halt mit dem Anime noch mal versucht, als der ein Jahr später rauskam. Und der Anime hat natürlich alles geflasht, also darüber müssen wir nicht reden. Beziehungsweise, worüber wir ein bisschen reden müssen nachher, ist so der Vergleich zwischen Wit und Mappa auf jeden Fall. Aber optisch und akustisch, glaube ich, ist Attack-on-Titan ab Staffel 1 schon eine Offenbarung gewesen, so in der Anime-Szene. Ich meine, ich glaube, Attack-on-Titan ist so das Musterbeispiel, wenn du so an Sakuga, also krasse Animationen, denkst und so weiter. Ja. Auf jeden Fall in der Hinsicht supergut, gerade auch wenn wir berücksichtigen, dass dieses ganze Franchise, ohne Spaß, seit der allerersten Folge, lese ich im Internet, dass dieser ganze Anime eine totale Produktionshölle sein soll. Von wegen, diese Folge hatte keinen Director und hier haben fünf Key-Animator gefehlt, dies, das. Und am Ende, du als fauler, wirklich verwöhnter Zuschauer, merkst gar nichts davon im Endprodukt. Was einfach nur irgendwie auch über sehr viel über den Arbeitswaden von Japanern anscheinend aussagt. Muss man auf jeden Fall an der Stelle loben. Genau. Nee, ist das so weniger. Attack-on-Titan muss ich auf jeden Fall sagen, für mich persönlich, eine Serie, die ich aus mehreren Gründen tatsächlich immer schon mit Evangelion verglichen habe, weil ich Attack-on-Titan wirklich als Mecha-Anime sehe, als Fleischmeckas, weißt du, weil es genau den selben Zweck gibt, weil Mecha-Anime und du hast auch diesen ganzen politischen Trara drumherum, denen auch viele Mecha-Anime auszeichnen und so. Und ich muss sagen, ich habe eine Phase auf jeden Fall mit Attack-on-Titan, wo ich ein bisschen abgeflaut war. Konkret geht es mir um den Stoff, der, glaube ich, in Staffel 2 behandelt wurde. Weil das Ding ist, was viele Leute nicht verstehen, wenn ich sage, der Staffel-2-Kram hat mir ein bisschen die Laune im Manga genommen, ist, dass Leute meistens Anime-only sind oder zuerst in Anime gesehen haben. Und natürlich werden sie im Anime mit diesen ganzen Sakuga-Dingen geflasht, von wegen, du siehst irgendwie Kenny, der irgendwie zehn Pirouetten dreht und du hast diese Verfolgungsjagd und es ist das Beste, was du jemals mit deinen menschlichen Augen gesehen hast. Aber der Manga hatte das nicht, weißt du? Der Manga war zu diesem Zeitpunkt definitiv optisch nicht so krass. Und deswegen dieser ganze Teil von wegen, ja, Kenny wird eingeführt und Eren merkt, was für Fähigkeiten er überhaupt hat und so. Ich muss sagen, im Manga hat mir das wirklich sehr viel Drive genommen, weswegen ich, glaube ich, irgendwie zwei, drei oder vielleicht auch drei bis fünf Chapter eine Pause eingelegt habe, was ja bei einer monatlichen Serie ein halbes Jahr ist so, ne? Ja. Und sobald die Serie in diesen Timeskip gegangen ist, mit dem ja auch Staffel 4 beginnt, muss ich sagen, hat mich die Serie schlagartig wieder zurückerobert. Weil das aus meiner Sicht, wenn ich jetzt sagen würde, Attack on Titan besteht aus vier Vierteln und die letzte Staffel ist das letzte Viertel, dann muss ich auf jeden Fall sagen, das vierte Viertel und das erste Viertel, das sind so meine Dinger. So der Kram dazwischen, okay, als Anime, aber wirklich der Anfang und das Ende finde ich optisch, visuell absolut genial und inhaltlich holt es mich auch ab. Und ja, diese Staffel ist natürlich sehr heiß erwartet worden, ne? Wir wussten, es wurde als Final Season und so weiter angekündigt und was wir ebenfalls wussten ist, dass diese Staffel das erste Mal überhaupt nicht von WIT, dem bisherigen Produktionsstudio, animiert werden soll, sondern diesmal von MAPPA, die absolut jeden anderen Anime auf dieser Welt produzieren. Wirklich? Deswegen meine Frage, hattest du da irgendwelche positiven oder negativen Erwartungen, als du gehört hast, MAPPA macht das? Ehrlich gesagt, nein, ich hab da erst mal so gedacht, okay, MAPPA, ja, war so unerwartet, weil ich wusste gar nicht, dass MAPPA irgendwas mit den Leuten von Production AG zu tun haben, weil das sind ja alles so eine Leute, so WIT Studio, Production AG, Signal MD, dann kommt dann mal so MAPPA und dann hauen die auch noch mitsamt so Trailer raus und eigentlich so, okay, Gott, das sieht ja noch besser aus und dann alles so, ey, das wird einfach nur krank sein und dann, wenn man alles macht, so die Sachen hört, wie das alles war mit den Gerüchten, dass alles schlecht läuft, hatte ich auch so ein bisschen Angst gehabt, aber nee, da kann man sich gar nicht so beschweren, auf aller Ebene, kann man sich niemals beschweren, jetzt hier gerade. Also, ich muss sagen, das Ding ist ja, guck mal, ich bin ja so ein Typ, ich weiß nicht, wie du das machst, du hast von Anfang an die Folgen wöchentlich geguckt, oder? Ja. Also, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich hasse es eigentlich, Sachen Woche für Woche zu gucken, ich bin ein ganz klarer Verfechter von Binge-Watching und so und wenn es wirklich um meine, wirklich um mein eigenes Genießen geht, hätte ich diese 16 Wochen jetzt erst mal abgewartet, dass diese Serie vorbei ist, aber natürlich unter Kapitalismus müssen wir YouTuber auch was produzieren, deswegen nur für meine Zuschauer, beziehungsweise Zuhörer, opfere ich mich gerade und ändere meine Gewohnheiten um. Und das Ding ist, ich habe jetzt, ähm, alle, die ersten drei Folgen dieser Staffel aktuell am Stück nachgeholt und natürlich, wenn man so auf Social Media unterwegs ist, kommt man nicht drum her, gewisse Sachen zu hören, weißt du? Ich bin natürlich sehr froh, dass ich mit dem Manga aktuell bin und nicht gespoilert werden kann, aber das Ding ist, ich habe noch nicht mal irgendwie so spoilerische Sachen gehört, ich habe hauptsächlich sehr viel Geheule über diese Staffel wahrgenommen, von wegen, äh, Mappa hat jetzt irgendwie die Character Designs geändert und, ähm, die Titanen sind alle in CG und ich weiß nicht, was es ist, aber das Ding ist, ich habe im letzten Jahr sehr viele Anime geguckt, die sehr CG geprägt waren, weißt du? Manche freiwillig, manche weniger freiwillig, entsprechend war ich ein bisschen, ah, okay, schade, anscheinend wird diese letzte Staffel optisch jetzt nicht so schön, aber whatever. Ich ziehe mir jetzt drei Folgen am Stück rein und, Digger, ich gucke diese erste Folge und ich bin erst mal optisch so weggeflasht und ich denke mir so, Digger, habe ich ein HD-Remaster geguckt nach zwei Wochen? Wo bitte war das schlecht? Und das Ding ist, ich versuche jetzt gerade auch ein bisschen so parallel, während wir sprechen, irgendwie so nachzugoogeln, was angeblich an den ersten, an der ersten Folge so schlecht gewesen sein soll, beziehungsweise an den ersten zwei Folgen, weil ich erinnere mich, dass zu Folge zwei, ähm, der, äh, Anteku, äh, auch ein YouTube-Kollege, äh, halt auch sich über Leute beschwert hat, die von wegen rumheulen würden, dass die Animationen so schlecht sind und er sich auch in so einer Position mit anderen YouTubern auf Twitter befunden hat, wo er halt rechtfertigen musste, dass eigentlich die Serie total gut animiert ist und, Digga, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen und das sieht alles gut aus, also, kannst du mir erklären, worüber diese Leute weinen? Ähm, naja, das ist halt einfach so, die, die, ich sage jetzt mal in den Worten, die Kinder, ne, ähm, die heulen ehrlich gesagt nur über die CGI rum. Leute haben am Anfang, glaube ich, beschwert, da kommt jetzt CGI vor und CGI ist dann, war halt eigentlich immer nie so beliebt geworden, allgemein so eine Anime-Szene und wenn die dann so tun, als ob die davon Ahnung haben, denke ich jedenfalls, dass das so ist, ne, beleidigen die halt eben die Serie in dieser Art und Weise und das sieht doch voll schlecht aus in den Worten, die haben Ahnung, ja, vom Arsch haben die Ahnung, ganz ehrlich, da, da gibt es gar nichts zu beschweren, gar nichts, man hat die Folge gesehen und man weiß auch sofort, das ist alles super gemacht worden. Die CGI, die kleine Szene, die man hat gesehen am Anfang der ersten Folge, so, ne, muss ich ehrlich sagen, das sah sogar ziemlich gut aus für Mappa, also, ganz ehrlich, finde ich super gemacht, vor allem arbeitet ja Mappa nicht alleine an der Serie, manchmal arbeitet sogar Production AG da mit, wie ich erfahren hab. Ah, okay. Das Ding ist ja, was viele Leute immer so unterschätzen ist, viele dieser ganzen Anime, die voll die Animationsfeuerwerke sind, sind ja meistens so Kollabos zwischen mindestens zwei Studios, weißt du? Genau. Das war ja auch zum Beispiel damals bei, ähm, hier, One Punch Man so, dass alle Leute, immer drauf eingehen, von wegen, boah, als Madhouse noch gut war, die ist das, ne, weil Madhouse halt so ganz fett da draufsteht, aber die meisten coolen Leute, die daran gearbeitet haben, waren die Leute von Bones, weißt du? Und, ähm, das gibt's, das ist halt wirklich keine Ausnahme, also, in der Anime-Szene, wo Leute halt auch wirklich nicht krass verdienen, ähm, sind Kollabos halt wirklich eine wichtige Sache, entsprechend wundert es mich gar nicht, dass, äh, Mappa irgendwie cool mit anderen Animationsstudios, wie zum Beispiel Production IG ist, die ja zum Beispiel hauptsächlich so durch Sportanime wie Haikyuu und Kuroko Nobasky so bekannt sind, ne, ähm, aber ich persönlich war von der ersten Folge, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen, äh, inhaltlich reden, richtig, richtig geflasht, also, ich hab wirklich mit einem Stift und einem Papier die ganze Zeit gewartet, okay, was sind diese Szenen, über die sich jeder beschwert und kann ich das irgendwie schön reden, ne, und, Digga, ich schwör es dir, in drei Folgen gab es, ich hab gerade nachgeschaut, es sind zwei Sekunden in Folge drei, nämlich, wo man diese Pferde galoppieren sieht in der Nacht, das ist so das Einzige, was ich so, okay, es ist nicht optimal, aber es sind auch nur zwei Sekunden, so, weißt du, äh, ich versteh es nicht, also, ich muss sagen, ich bin visuell auf jeden Fall total, äh, begeistert, ähm, vom Start der vierten Staffel, also, ich, ich feier das, also, na klar, an manchen Stellen merkst du halt, dass es CG sein muss, ich glaub, es sind hauptsächlich, äh, alle Szenen, in der Maschinerie zu sehen ist, von wegen die Züge und wenn die Schiffe irgendwie rumballern und so und natürlich die Titanen, ja, und ich würd sagen, ey, keiner dieser Titanen sieht schlecht aus, also, was man vielleicht minimal kritisieren könnte, ist, dass der Beast Titan kein irgendwie wehendes Fell hat, weißt du, aber das ist halt auch nur, das ist halt auch nur, wenn du halt wirklich so ne Grafikkure bist, weißt du, genau, das ist halt unfassbar, also, ich bin so, aber ich muss sagen, normalerweise beschwert man sich ja darüber, dass die Stimmen von anderen Menschen so einem die, äh, Erfahrung kaputt machen, aber mir hat das die Erfahrung besser gemacht, weil ich wirklich positiv überrascht war, wie geil das Ganze aussieht, unfassbar, ähm, ja, das auf jeden Fall, ähm, auch, ich muss auch an der Stelle auch sagen, ein ganz großes Meme am Anfang war ja dieses Opening, ne, von wegen Attack on Titan, Attack on Titan ist ja so ein bisschen für seine Openings bekannt, dass die schon ein bisschen, so iconic sind, auch wenn das von der letzten Staffel, glaube ich, ein bisschen kontroverser war, äh, was ist deine Meinung zu diesem Opening? Also, das Opening, also, ich bin jetzt ehrlich der Meinung, also, man kann sich jetzt nicht jeden Tag so anhören, wie die anderen Openings, ne, aber es ist nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, das passt irgendwie ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, das passt auch zu der Story, die eigentlich abläuft, hat irgendwie so seinen Sinn, aber ist auch nicht so perfekt, das ist so meine Meinung. Also, das Ding ist, also, äh, an dieser Stelle will ich anmerken, ähm, obwohl wir natürlich aktuell mit dem Manga sind, äh, werden wir niemanden spoilern, der Anime-only ist, aber meine Vermutung ist, tatsächlich, dass sich dieses Anime-Opening vielleicht noch ein bisschen erweitern könnte im Laufe der Serie, also, ich glaube schon, dass das noch so ein bisschen visuell ergänzt werden könnte. Visuell mäßig bestimmt auf jeden Fall. Ja, genau, vielleicht der Song nicht, aber visuell glaube ich schon, dass da ein bisschen mehr Farbe auch ein bisschen reinkommt. Ungeachtet dessen, ähm, das Ding ist ja, Attack on Titan, ne, also, wenn man über diese Serie redet, äh, gibt es eine Sache, die man nicht leugnen kann, diese Serie ist hochgradig politisch. Und wer das irgendwie nach drei Staffeln nicht gemerkt hat, gerade nach der letzten Staffel, gerade nach den letzten drei Folgen, und da nicht gewisse Parallelen zu Deutschland früher irgendwie erkannt hat, der sollte das dann spätestens jetzt tun. Ähm, was ich halt super interessant finde, ähm, was ich auch im Manga total interessant fand, ist ja, dass dieser Teil der Story mit einem Timeskip einerseits eingeleitet wird, und das ist schon eine krasse Entscheidung, da so einen Timeskip von vier Jahren einzubauen. Genau. Wenn man auch noch berücksichtigt, dass wir in der letzten Staffel gedroppt bekommen haben, ähm, dass Leute, die diese Titanenkräfte haben, auch nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Also, ist er ja aber so, ich mache gar nicht hier, ich fucke gar nicht erst kurz rum, hier geht's direkt zur Sache und so. Und nicht nur haben wir diesen Timeskip bekommen, wir haben auch noch einen Perspektivwechsel bekommen. Nämlich die ganze Perspektive, äh, aus Mali, wo die Eldia-Krieger, äh, mit Rainer und der kleinen Gabi, die jetzt unsere neue Heldin mehr oder weniger ist, ähm, fokussiert werden. Und das finde ich erst mal super interessant. Ähm, wie findest du eigentlich diesen Perspektivwechsel? Also, für Attack on Titan fand ich das schon richtig nice. Ich kann mich sogar noch ganz geil erinnern, wie das im Manga vorgekommen ist, so, wir alle darüber geredet haben und dann einfach so, alle sich so fragten auch, ne, wo ist Eren, wo sind die anderen, was ist denn jetzt hier los? Und dann so gescheckt haben, Alter, wir haben jetzt den vier Jahres-Time-Skip, da ist Rainer mit so einem Bart. Das ist einfach nur geil gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, das ganze, der ganze Aufbau mit dem, mit dem Mali, alles wunderbar gemacht worden, dass wir da auf einmal so einen Zehnwechsel bekommen und dann so erstmal so die Story da so sehen und wie das alles so mit erklärt worden ist, mit den Titanen-Verwandlungen, alles mögliche, also das ist top, gemacht von Isayama, kann man sich auch nicht beschweren, überhaupt nicht. Aber weißt du, worüber ich mich an dieser Stelle beschweren will, weil du da zwei Schlüsselworte gerade reingebracht hast, nämlich Rainer und geil. Ich hab, ich hab, du hast es mitbekommen? Ja, man. Also, für die, wie soll ich sagen, für die YouTube-Onlys von Barker Critic, ich, unschuldig wie ich bin, habe in der letzten Woche erfahren, dass es Menschen gibt, die Rainer aus Attack on Titan physisch sehr attraktiv finden. Und das hat mein Weltbild so irritiert, dass ich unschuldig wie ich bin einen kleinen Tweet rausgelassen habe, von wegen, what the fuck, es gibt Leute, die finden Rainer geil, wollt ihr mich alle verarschen? Und irgendwie wurde dieser Tweet sehr kontrovers aufgenommen und ich hab wirklich sehr viele Leute in meinen Mentions gehabt, die wirklich lauthaltig Beschwerter haben, dass natürlich Rainer geil ist. und ich denk mir so, immer noch so, wollt ihr mich alle verarschen? Oh, Scheiße. Ja, man. Ähm, ich, weiß was ich aber glaube, ich glaube, viele Leute haben diesen Tweet falsch verstanden. Ich glaube, ich glaube, die dachten, ich meine Rainer als Figur, während ich von Anfang an nur sein Aussehen meinte, aber dann haben mir Leute Tweets geschickt, von wegen Rainer nach dem Timeskip mit Bart und so und haben ihn auf einmal angefangen, Daddy Rainer zu nennen. Und dann dachte ich so, okay, diese Welt ist vielleicht doch verloren, als ich geglaubt habe. 2020 geht nochmal mit einem Bang. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, Akira, findest du Rainer physisch attraktiv? Nein, auf keinen Fall. Ich auch nicht, ich verstehe es vorhin nicht. Aber ich denke mal, das sind ja, die meisten Mädels sind ja glaube ich so, das sind ja viele weibliche Attack on Titan Fans. Und wenn die natürlich Rainer mit diesem Bart sehen, kann man es natürlich, weil ich in Dillen sich verstehe, keine Ahnung. Aber ich kann auf jeden Fall nur sagen, nein, nein, für mich nie. Ja, für mich ebenfalls wenig. Aber ja, auch darüber sollte gesprochen werden. Ungeachtet dessen. Also, wir starten jetzt diese Story Attack on Titan vier Jahre später. Vier Jahre, nachdem unsere Gang um Eden und Co., nachdem sie all die Scheiße mit Annie und Rainer durchgemacht haben und Armin doch irgendwie versucht haben, am Leben zu erhalten, indem sie eben noch Zitatenpower rüber geswitcht haben. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir auf der anderen Seite sind. Und dieser Perspektivwechsel, quasi, dass du eine Geschichte erzählst, die primär halt natürlich aus einer Richtung erzählt wird. Wir haben ja vorher nur Eddins Sicht der Dinge gesehen und mit ihm zusammen quasi die Welt ergründet. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Das ist ja eine Form von Erzählung, die gibt es auch in sehr vielen anderen Manga. In seiner offensichtlichsten und manchmal sehr oft kritisierten Form findest du das tatsächlich bei Shonen-Serien wie zum Beispiel Naruto, wo Kishimoto oft dafür kritisiert wurde, dass er Sasuke zu viel Screentime gibt, aber grundsätzlich war das ja der Versuch, dieselbe Story aus zwei Perspektiven zu zeigen. Dann hast du noch solche Manga wie Vagabond, wo Takehiko Inoue dasselbe macht, wo er die erste Hälfte des Manga aus der Sicht von Miyamoto Musashi erzählt und dann aus der Perspektive seines größten Rivalen. Also das ist nicht gerade ungewöhnlich, aber was ich sagen muss ist, das Ding ist, bei all diesen anderen Serien hast du es normalerweise gehabt, dass du eine ganz klare Spiegelfigur zum Protagonisten hast. Weißt du, Naruto hat Sasuke, Miyamoto Musashi hat Kojiro, was in der Geschichte auch so wirklich aufgebaut wird. Aber Eren hat nicht wirklich sowas wie ein Gegenspieler in dieser Serie so streng genommen. Du hast zwar Sieg, aber ich würde sagen, die Wesenleute würden ihn als seinen Rivalen oder sowas ansehen. Stattdessen wird ausgerechnet Rainer sehr stark fokussiert und wir kriegen seine ganze Backstory von wegen Rainer, wie er als Kind wirklich schon indoktriniert wurde von seiner Mutter und wie die Leute von Mali wirklich so wie Nazis, die den Juden versuchen einzureden, dass sie an ihrer Lage selber schuld sind und so. Und ich muss sagen, ich fand das immer total faszinierend, dass ausgerechnet Rainer so eine wichtige Figur werden würde, weil hättest du mich in Staffel 1 gefragt, wer von diesem Verräter-Trio oder von diesem Mali-Trio so die wichtigste Persönlichkeit sein könnte, wäre ich wahrscheinlich nicht auf Rainer gekommen. Nee, ich auch nicht. Wie siehst du das? Ich auch nicht. Also, da wüsste ich auch ehrlich nicht genau, wer also genau so dieser Charakter sein sollte, wie jetzt Rainer auf jeden Fall dargestellt werden sollte. Das hat mich genauso eigentlich überrascht. Rainer so eigentlich noch so allgemein dachte ich eigentlich, dass Rainer so abgeschlossen wäre. Dann kommt er mal so, ich sag ja mal mit Rainer im Timeskip und dann hat er so eine große Rolle und dann wird er immer wichtiger und wichtiger und also ich muss ehrlich sagen, überrascht hat mich das am meisten. Ehrlich, dass Rainer noch am Start ist. Ich dachte so eigentlich, so Sieg wird er so der Wichtigste sein, aber es ist Rainer. Es war einfach ziemlich, muss ich auch sagen, ist ein bisschen okay gewesen, aber auch überraschend. Ja, wobei man sagen muss, vielleicht auch so mit Blick nach vorne, es ist noch Rainer. Ja, noch. Noch ist es Rainer, aber es ist ebenfalls, auf jeden Fall mehr als nur noch, die kleine Gabi. Ja. Und ich muss sagen, Gabi, ey, was sie halt funktionell erfüllt, ist ja erst einmal, dass sie so eine Art Baby, Genderbender, Eden sein soll. Genau, genau. Sie ist ganz klar so ein waghalsiger, kleiner Trottel, wie Eden es war. Sie ist nur wesentlich mehr Badass, als er es in dem Alter gewesen ist und offensichtlich auch talentierter. Und man sieht, sie lebt halt diese ganze, ja, Schose von wegen, ja, wir Eldia-Leute, unser einziger Lebenssinn, besteht darin, unsere Sünden wieder gut zu machen und sie will ja den Titanen von Rainer tatsächlich erben. Und das Ding ist, die kleine ist, also die war schon im Manga-Badass, aber im Anime-Dega, also diese erste Folge, ne, also puh. Also, ey, im Anime sah das sogar richtig nice aus. Also wirklich. Wie das, was sie da gemacht hat. Ey, das ist halt wirklich super und das kommt ja auch der Inszenierung tatsächlich entgegen, wenn sie halt später in diesem Zug ist mit den ganzen anderen LDR-Leuten und sie feiern sie alle und die sagen, ja man, ich bin die Beste. Wie schön, das war so nice, ne? Ja, aber es ist auch völlig zu Recht. Ja, klar. Sie spricht schon ein bisschen für den Zuschauer da an der Stelle. Ey, das ist wirklich so. Sie hat so dieses gewisse Etwas, finde ich, in dieser Serie hervorgebracht, so für den Timeskip, den, wo ich immer Bock drauf hatte, noch mehr von der zu sehen. Vor allem muss ich auch sagen, dass die Sprecherin von die, also Ayana Sakura heißt ja, die wirklich super vertritt. Also ehrlich, das ist alles wirklich perfekt mit der gemacht worden. Also ehrlich, sie ist erstmal ein Top-Charakter, muss ich ehrlich sagen. Genau, und wir sprechen ja jetzt erstmal natürlich nur für die ersten drei Folgen. Deswegen wollen wir nicht sagen, inwiefern sie vielleicht irrelevant oder super relevant im weiteren Verlauf dieser Serie noch sein wird. Aber ich finde, diese ersten drei Folgen, das ist, guck mal, das ist das Bizarre. Ich glaube, es war in Folge 2. Wenn halt die ganze Armee wieder nach Hause kehrt und so weiter, ich weiß gar nicht mal, ob du es als KZ bezeichnen kannst oder als Ghetto. Aber wenn die halt die Eldia-Leute halt wieder zurückkehren, von Gabi angeführt und mit Rainer und so. Das Krasse ist ja, diese ganze Inszenierung, wenn du nur Staffel 4 für sich alleine gucken würdest, hättest du dir wirklich das Gefühl, okay, die arbeiten zwar wirklich für ein strenges Militär, aber das sind gerade gute Menschen, die etwas Gutes für ihre Leute getan haben, und es ist gerade total harmonisch mit der Musikinszenierung und so weiter. Oh, super, sie haben es geschafft. Während wir uns im Hinterkopf die ganze Zeit denken müssen, Digga, das ist der Feind. Das sind die Nazis, wie die gerade arbeiten. Ja, man, ja, man, ja. Das ist, da hat er sich ja mal wirklich sowas gemacht. Also, das spielt auch mit unseren Köpfen ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und das Ding ist ja, also, das wird im weiteren Verlauf der Staffel wahrscheinlich eher noch ein Thema sein, aber es gibt ja tatsächlich nicht wenig Leute, die ja auch so ein bisschen an dieser Stelle kritisieren, dass vielleicht dieses ganze Gehabe von wegen, also, wir müssen ja ganz klar sagen, diese Eldia-Leute, wenn wir sie auf echte Leben, Personen so ein bisschen projizieren, sollen ja eigentlich Juden darstellen zu Zeiten des NS und so. Und es gibt viele Leute, die aus einer kritischen Hinsicht hingehen und sagen, in der Hinsicht fetischisiert so, ist ja ja mal ein bisschen diesen Faschismus ein bisschen zu sehr, weil es ist natürlich, du willst den Leuten ja den Spiegel vorhalten, du willst ja den Zuschauern so zeigen, ey, die feiern sich zwar gerade selber für all die Opfer, die sie bringen, von wegen, ja, man, wir sterben gerne für Mali und unser oberstes Ziel ist es, Bürger Malis am Ende oder als solche Anerkennung, zu werden und so, aber diese Stimme, die das Ganze auch vielleicht ein bisschen kritisiert, die fehlt ja bewusst am Anfang dieser Serie, ne, also Eren tritt ja erst in Folge 3 so richtig auf die Bildfläche, obwohl er, und ich hab aufgepasst, der ist schon seit Folge 1 im Hintergrund zu sehen gewesen, ich hab ihn gesehen, ähm, und das ist so eine Sache, die viele Leute kritisieren halt, dass Isayama vielleicht, und das ist eine Kritik, die sich weiter durchzieht, den Faschismus sehr subtil versucht, negativ darzustellen, indem er ihn in seiner reinsten Form präsentiert und dem Zuschauer dann überlässt, zu sagen, siehst du, das alles ist schlecht, aber selbst in der Serie kommt das ja nie so wirklich rüber, ähm, findest du das irgendwie problematisch? Also, ich frag mal so, ähm, fehlt dir so eine Instanz, ähm, wo auch mal klar drauf hingewiesen wird, von wegen, hey, das, was Rainer und Co. hier eigentlich tun, ist klar böse? Das, nein, ganz sicher nicht, also, ich weiß nicht, was Rainer und die, die anderen hier machen, die machen, wie soll man es genau sagen, man sieht es auf zwei Seiten, ne, die eine machen das für sich gut, die andere für sich, es ist immer so, schwierig zu sehen, wenn man Eren natürlich jetzt in den einen Folgen gesehen hat, dann wissen wir, okay, da ist ja irgendwas geplant worden, also, guck mal, ich sag dir mal was, wie ich das sehe, guck mal, das Ding ist, ich finde, ähm, viele Leute kritisieren ja Attack on Titan so ein bisschen dafür, dass es so edgy ist, und, ja, Pseudo-deep und so weiter, ne, wenn Leute natürlich ein bisschen übertreiben und mit sowas kommen, wie Attack on Titan ist das deepste und es hat die krasseste Story, wie ist das, ne, und du kannst nur annehmen, dass diese Leute noch niemals Evangelium gesehen haben, ähm, aber das Ding ist halt, bei Attack on Titan, was ich persönlich sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, dass ich immer den Eindruck habe, dass Isayama tatsächlich, ja, so ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht hat, was Geschichte angeht. Auf jeden Fall. Das zeigt sich halt in so ein bisschen subtileren Dingen, ähm, zum Beispiel, ähm, dass zum Beispiel, äh, das, Mali-Volk am Anfang in Folge 1 von Staffel 4 offensichtlich gegen ein Volk kämpft, das so ein bisschen das Osmanische Reich darstellen soll, wenn du so auf ihre Kleidung und auf ihren, ja, so ein bisschen auf ihre Hautfarbe achtest, und, äh, wie behaartig ihre Gesicht sind und so weiter, für dich ist das klar, für viele Leute nicht, als ich das erste Mal das gesagt habe auf Twitter, meinten so, hä, wie kommt der da drauf, dass das ein Osmanische Reich sein soll, ja, ja, Leute haben einfach keine Geschichte gepaukt in der Schule, keine Ahnung, hoha, hab ich gar nicht mitbekommen, auf jeden Fall, äh, was ich auch an den Tech-Contenten, aber eben in der Hinsicht sehr mag, ist, ähm, dass Isayama offensichtliche Ahnung hat von dem, was er da reinbringen möchte, aber halt wirklich sich auch ein bisschen zurückhält, und, ähm, erst mal die Taten für sich sprechen lassen will, weißt du, er präsentiert halt erst mal diese Gegenseite, guckt dir mal an, wie dieser Rainer überhaupt erzogen wurde, warum er tatsächlich so ein Faschist geworden ist, wie er dann tatsächlich ist, und guckt dir zum Beispiel an, dass so eine Annie, ähm, unter denselben Bedingungen groß geworden ist, aber nicht mal annähernd so ein Hardcore-Nazi, wie er geworden ist, ne, also, da fragt man sich ja auch schon so ein bisschen, okay, woran liegt es dann, dass Annie von Anfang an anscheinend so ihr eigenes Ding gefahren hat, und, wenn du dir auch die kleine Gabi anschaust, die ja wirklich diese ganze Nazi-Rhetorik spricht, von wegen, ich will fürs Vaterland sterben, ne, und mein Leben ist so viel wert, wie 800 dieser anderen, äh, LDR-Leute und so, dann siehst du ja auch, wie krass so, ja, Propaganda auf so kleine Kinder wirken kann, und in der Hinsicht denke ich mir auch, dass es okay ist, so eine Serie zu haben, die sagt, hey, wir haben jetzt hier keinen Hunter-Hunter-Erzähler, der dir kommentiert, warum das Ganze böse ist, sondern, lern mal selber dazu, recherchier das mal selber, auf was sich das eigentlich bezieht, weil, das Ding ist, wenn Leute das hier gucken, und das irgendwie unreflektiert geil finden, dann ist das schon ein bisschen kritisch, also, von wegen, wenn es nur noch, oh, Gabi ist so ein Badass, und so, ne, und Rainer ist der krasseste, ähm, ja, man, fick Ellen und Kone, fick diese ganze Paradiesinsel, ähm, ja, Leute, so ein bisschen mehr Pauken, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, deswegen finde ich das Persönliche in Ordnung, weißt du? Mhm. So, ungeachtet dessen, ähm, Folge 1 hat sie ja so ein bisschen mehr, ähm, uns die neuen Figuren präsentiert, also die neuen, ähm, Titan-Anwärter und so weiter, ne, angeführt von Gabi, und, ähm, fuck, ich vergesse immer seinen Namen, und will ihn Marco nennen, wie heißt dieser Beta? Falco. 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 Genau, wie der Sänger. Okay, ich will ihn immer Marco nennen, ich weiß nicht warum, genau, äh, Gabi, Falco und die anderen Leute, deren Namen sie jetzt erstmal irrelevant sind, ähm, das Ding ist, als du das erste Mal, ich meine, du hast den Manga ja vorher gekannt, aber als du das erste Mal auf diese neuen Figuren gestoßen bist, hast, hast du irgendwie von irgendwelche Erwartungen an die gehabt? Ehrlich? Nein, hatte ich gar nicht. So, ich dachte so, die sind da, und, so wie ich natürlich Attack-Untertitle kenne, denke ich so, okay, die sterben jetzt bestimmt. Das wäre passend gewesen, weil ich dachte, okay, warum jetzt so neue Charaktere, warum so kleine, wichtige Charaktere machen, und am Ende waren die doch wichtig, ja, alles klar. Und das Ding ist ja, ähm, gerade Sieg und Rainer werden ja in Folge 2 jetzt nochmal so ein bisschen, äh, stärker fokussiert, weil die sich auch so ein bisschen vorwerfen lassen müssen, dass diese ganze Nummer, die wir jetzt mal Staffel 1 bis 3 nennen, nicht, äh, wirklich erfolgreich funktioniert hat, und Sieg dann tatsächlich nur noch ein Jahr zu leben hat und so, und wie stehst du eigentlich so zu Sieg als Figur, also, ähm, was ist so deine generelle Meinung zu ihm? Sieg ist für mich so ein, so ein richtig nicer, nicer Charakter, allgemein, sein erster Auftritt war ja sowieso schon ziemlich stark, ich glaube, das war Staffel 2 Ende, so auch nochmal, kam das auch so vor, er war das schon richtig nice aus, muss ich ehrlich sagen, und dann so Richtung Staffel 3, weil für mich kam er halt so wie der große Anführer natürlich vor, ne, wie er halt mit Rainer oder auch mit, äh, ich glaube, die hieß Lamarco, nein, Lamarco, Rainer und Annie war es, genau, genau, der hat ja, der hat die zwei erstmal richtig, ne, fertig gemacht und hat man ja gesehen, was er ja zum Beispiel auch mit Rainer gemacht hat, äh, das sah, da sah schon richtig nice aus, ne, aber so als Charakter, als Antagonist muss man ehrlich Sieg richtig, richtig feiern, weil, wenn man natürlich jetzt bedenkt, Levi und Sieg, da kommen da immer wieder nice Sachen vor, ne, da, da finde ich natürlich dann wieder Sieg richtig als nice Charakter, als Antagonist stelle ich mir den so vor, aber so allgemein ist er wirklich top geschrieben, als top geschrieben, wirklich, mit der übertrieben, also das mit der Überraschung, dass er natürlich mit, äh, ehrenverwandt ist, gegen Karl, okay. Ja, also ich persönlich hab's nicht gebraucht, aber das wird ja auch noch zu interessanten Wendungen tatsächlich führen, aber was ich halt so krass finde, dieser Typ wird uns ja seit Staffel 2 als wirklich so ein Antagonist, äh, so inszeniert, ne, und dann kriegst du auch noch den Reveal in der letzten Staffel, wer er eigentlich ist, und dass er Eddins Halbbruder ist es, ne, also so ein Halbbruder ist die richtige Bezeichnung, okay. Ja, genau. Ähm, genau, dass er sein Halbbruder ist und so, und das Ding ist ja, er, guck mal, er hat eigentlich das Potenzial dazu, wirklich als so ein Gegenspieler zu Eddins aufgebaut zu werden, wo es am Ende diesen epischen One on White Fight zwischen den beiden gibt, wie es am Ende von jeder Gundam Staffel gibt und so, aber das Interessante ist, nach wie vor, dass Rainer derjenige ist, der in diesen ersten drei Folgen sehr stark im Fokus liegt. Und da muss man sich mal vor Augen führen, wie sich Anime-Onlys fühlen, okay? Wir wissen, dass diese Staffel 16 Folgen haben wird, erst einmal. Wir wissen nicht, wie es dann weitergeht, ob das ein Kur, zwei Kur, oder wissen wir das zu diesem Zeitpunkt? Ne, wir wissen eigentlich nur 16 Folgen und da steht Final Season. Genau, Final Season, 16 Folgen und die ersten drei, mindestens davon, sind für Rainers Charakterisierung draufgegangen. Wir erfahren, wie es ihm als Kind ergangen ist, wir erfahren, was mit seiner Mutter war, wir kriegen diese ganzen Flashbacks, wo er seine beiden anderen Kollegen, Annie und Marco, auf der anderen Seite nochmal sieht, aus seiner Perspektive, wir erfahren, was in seinem Kopf durch vorging und so. Und ich finde das so interessant, dass du eigentlich erzählerisch Sieg wirklich so als Oberbösewicht aufpushen könntest, weil so quasi, du hast schon einen gelevelten Charakter, den du halt weiter aufpushen könntest von Level irgendwie 50 auf 70 oder so. Stattdessen entscheidet sich Isayama, nein Mann, ich fange bei null an. Ich gehe zu Rainer und level den jetzt erzählerisch auf. Ich erzähle erst mal seine Story. Und das muss ich sagen, das ist, glaube ich, einer der interessantesten Kniffte überhaupt, Rainer sozusagen in den Fokus zu stellen, weil Rainer ist ja auch derjenige, der die Kleinen, die nächste Generation quasi kommentiert, wenn er Gabi und Co. anschaut und er sieht so ein bisschen seine Vergangenheit darin und so. Und wenn er halt zum Beispiel mit Falco redet und erst mal seinen Willen infrage stellt und ihm dann zustimmt, ja Mann, irgendwie ist das, was wir machen, schon scheiße und du solltest Gabi retten. Muss ich sagen, das ist geil. Das ist hammer geil. Ja, ja. Da ist sein Charakter irgendwie schon anders gut gemacht worden. Also vom Aussehen jetzt abgesehen, aber muss man sagen, vom Charakter her ist er ja richtig gut gemacht worden am Anfang wieder. Also in diesen vier Jahren Timeskip. Also mit den Kindern und so, das baut sich richtig nice auf. Mal sehen, was er halt noch zu Sieke machen will. Hast du es kommen sehen, dass Rainer jetzt zum Beispiel in Folge 3 wirklich so fertig mit der Welt ist und tatsächlich auch so was wie Schuldgefühle entwickelt hat, dass er sich selbst die Kugel geben wollte? Hast du das kommen sehen? Auf keinen Fall habe ich das kommen sehen. Auf keinen Fall. Ich dachte mir so, Alter, will er sich jetzt wirklich umbringen? Macht er das jetzt wirklich? Das wollte ich ehrlich gesagt gar nicht. Da dachte ich mir nur dieses eine. Ich will nicht, dass das jetzt genau passiert. Ich will das einfach nicht. Das war einfach dieser Moment, wo ich dachte, okay, was plant der jetzt hier? Was soll das hier eigentlich werden? Und ich muss sagen, ich persönlich habe das im Manga schon total gefeiert. Aber ich liebe es, wie Eren in dieser Season eingeführt wird. Willst du zu erschweren? Ich weiß auch nicht, ey, ich kann da so viel nur reden. Auf jeden Fall. Eren kommt da einfach so, man sieht ihn als so ein langhaariger Typ, der eigentlich so ganz normal lebt wahrscheinlich. Alter, dann so verletzend, schleimt sich so gefühlt bei Falco ein. Und dann zeigt er sich zum Ende einfach der dritten Folge. Ey Junge, diese Szene, wie der sich so gezeigt hat. Und dann für Anime-Onlys, muss man auch noch mal bedenken, wie das dann so auch noch wirkt. Scheiße, ne? Ja. Es ist ja so, Eren ist tatsächlich seit Folge 1 dieser vierten Staffel im Hintergrund zu sehen. Und in Folge 3, ich glaube es war Folge 3. Folge 2 sogar schon. Genau, Folge 2 war das, wo er das erste Mal da runter stolpert und wir sehen, dass er nur ein Bein hat. Genau. Genau. In Folge 2. Und du siehst nur diesen langhaarigen Typen, und das war ja schon im Manga so, dass, okay, zugegebenermaßen, das liegt auch so ein bisschen an Isayamas Zeichenstil, weil manchmal ist er nicht so gut darin, Gesichter zu zeichnen. Wodurch halt die ganze Zeit gefragt hat, Moment mal, ist das gerade Eren oder ist er es nicht? Ja, Mann. Und das ist halt so ein Effekt, wo ich es schade finde, dass der im Manga nicht so ganz rüberkommt, äh, im Anime nicht so ganz rüberkommt, weil im Manga ohne Spaß, ich hab Wochen oder Monate, nachdem dieses Kapitel kam, noch gebraucht zu erkennen, okay, ist das jetzt Eren oder ist das nicht Eren? Ey, Junge, das war, das hat Isayama auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das so gewollt hat mit der Zeichnung, ob das so gemacht hat, beabsichtig, aber ey, das war einfach nur, das war einfach nur super, einfach nur super mit der ganzen Zeichnung, mit der ganzen Story aufbauen, und dann, das ist Eren. Das ist halt das Problem bei Isayama, äh, ich lobe den Typen eigentlich sehr dafür, ähm, dass er tatsächlich sehr, sehr coole Kampfsequenzen zeichnen kann, und ganz ehrlich, Leute, Anime-Onlys, freut er auch auf die Fights in Staffel 4, weil im Manga waren die Fights, die er hier gezeichnet hat, nicht von dieser Welt, also ich hab auch ein paar dieser Panels tatsächlich schon in, ähm, früheren Videos von mir benutzt, weil ich mir dachte, boah, das sieht richtig, richtig gut aus gerade, ne, und das eine, aber was ich Isayama tatsächlich nicht abstreiten kann, oder wo ich ihn nicht in Schutz nehmen kann, der Typ hat einen total bizarren Fetisch dafür, Gesichtsausdrücke im Manga zu zeichnen, also wirklich, du siehst manchmal diese Attack on Titan Figuren, und du verstehst einfach nicht, was für eine Emotion die gerade haben, du weißt nicht, ob die glücklich sind, du weißt nicht, ob sie eine Verstopfung haben, es ist total schwierig zu erkennen, was geht in so einer Sascha vor, was geht in so einer Mikasa gerade vor, während du es im Anime wirklich ganz klar sehen kannst, und deswegen würde ich sagen, das ist so einer dieser Fälle, wo ich argumentieren würde, dass der Anime wahrscheinlich besser ist, als der Manga. Ja, ja, würde ich auch sagen, ja. Jetzt ist das Ding ist ja, Folge 3 endet ja mit diesem krassen Reveal, okay, wir haben es mit, Ellen ist auf der feindlichen Seite, und so, und der hat sich schon bereits mit kleinen Falco ein bisschen angefreundet, ich meine, wenn du nicht wüsstest, dass das Ellen ist, könntest du auch ein bisschen vermuten, dass das irgendwie so ein creepiger Kriegsveteran ist, aber das Ding ist ja, wir sollen ja auf jeden Fall mit Falco sympathisieren, ich glaube, das ist hier ganz klar so die Intention, zu diesem Zeitpunkt, wenn du jetzt ohne dein Vorwissen zu benutzen, was du aus dem Manga kennst, aber was sind denn deine Ansprüche, beziehungsweise was sind deine Wünsche, wie es jetzt gerade weitergehen soll? Meine Wünsche, das wären auf alle Fälle, dass halt eben, dass es ganz klar erklärt wird, was jetzt mit Eren, was mit Mikasa, und die ganzen anderen, was da passiert, das noch erklärt wird, das sind natürlich so die Wünsche erstmal, aber auch zu wissen, meine Wünsche, ich will auf jeden Fall, dass Eren zu Rainer geht, dieser eine Moment, das ist ein Wunsch. Es wird ja, glaube ich, bei mir ist es jetzt gerade ein Mischmasch, also nicht ein, sorry Leute, also ich habe alle drei Folgen auf einmal geguckt, aber es wird ja gesagt, in den ersten drei Folgen, dass die Mali, oder das Mali-Volk, gerade dieses Problem hat, dass sie technologisch gesehen mit anderen Ländern gerade nicht mehr wirklich mithalten können, und dass ihr einziger Vorteil diese paar Titanen sind, die sie haben, und wir erfahren so ganz casual, dass sie in letzter Zeit versucht haben, wieder die Paradiesinsel, also da, wo Eren und Co. leben, wieder einzunehmen, aber da jedes Schiff irgendwie dem Erd, Erdbogen gleichgemacht wird, und sie spekulieren, okay, Eren muss irgendwie noch einen Titanen auf seiner Seite haben, und wir wissen ja, hier Armin und so, ne, und das, das Geile ist ja, wir kriegen das nicht aktiv zu sehen, aber uns wird schon mal aufge, so aufgebauscht, so erzählerisch, Eren und Co. haben zugelegt, was ihre Technik angeht, beziehungsweise ihre Verteidigungsmöglichkeiten, und das in Aktion zu sehen, dass sie bereits so weit sind, dass sie mit Eren einen Spion schicken konnten, und zwinker, zwinker, ich hab bereits erkannt, dass da noch ein weiterer Spion ist, aber die Anime-Onlys dürfen jetzt erraten, wer das ist, das zeigt schon mal, ey, die haben diese vier Jahre krass genutzt, um ihre militärische Power so ein bisschen aufzurüsten, und entsprechend, wenn ich ein Stichwort für diese Staffel hätte, dann wäre es, wenn wir jetzt mal bei diesem Nazi-Turm bleiben, totaler Krieg, weißt du? Ja. Und darauf freue ich mich total. Was sind denn deine Erwartungen generell von den weiteren Folgen, beziehungsweise was wünschst du dir, was darf auf gar keinen Fall fehlen, außer diesem Gespräch zwischen Eren und Reiner? Was auf keinen Fall fehlen darf, ich will auf alle Fälle, dass jetzt hier Armin in seiner vollen Pracht zeigt, in seiner Titan-Verwandlung, das soll unbedingt kommen, ne, das muss unbedingt kommen, und vor allem, das Wichtigste, ich weiß auch noch nicht, aber es muss einfach passieren, auf jeden Fall, Seke und Eren, ne, müssen sich miteinander auch noch mal treffen, das muss auf jeden Fall auch noch mal passieren, in irgendeiner Art und Weise würden die vielleicht sich beide verwandeln, und das könnte noch richtig nice werden, wenn ich ehrlich bin. Ja, Mann, das, also, dass das kommen muss, also, das wäre irgendwie, also, ich traue es, würde es, ist ja, wenn ich zutraue, und wenn ich nicht wüsste, was noch alles passiert, das Ding ist ja, Folge 3 hört mit diesem Eren-Reveal auf, ich persönlich, zu diesem Zeitpunkt, was ich mich als Anime-Oni halt auf jeden Fall fragen würde, wie passt diese Gabi da rein, weil, guck mal, Logik sagt, also, wenn man nicht weiß, was da passieren wird, in dem weiteren Verlauf, Logik sagt ja, wenn dir eine Figur richtig, richtig sympathisch aufgebaut wird, wird irgendwas super Tragisches mit dir passieren, und, ja, das ist halt das, worauf ich mich am meisten freue, beziehungsweise, ich freue mich für die Anime-Onis, dass sie mitbekommen können, inwiefern diese Kindergeneration hier noch reingebracht wird, aber natürlich bei jedem Timeskip, ich meine, gerade wenn du dir auch reinziehst, wie jetzt Ellen aussieht, du willst erst mal deine bekannte Crew sehen, du willst sehen, okay, hat Conny endlich Haare, weißt du, was ist mit Sascha, es ist halt dieser, es ist dieser Krillin-Effekt, weißt du, wie wird sich Krillin verändern, und dann siehst du, er verändert sich gar nicht, oder wird noch nie mal größer. Krillin hat dir seine Haare geschnitten, ne? Ja, ja, genau, ähm, genau, dass wir halt das vielleicht ein bisschen mitbekommen, ich meine, unser letzter Wissensstand von Staffel 3 war ja, ähm, wie sie, äh, vor Gericht, ja, noch die ganzen Entscheidungen getroffen haben, okay, sollen wir bis zum Meer vordringen, oder nicht, und dann sind sie tatsächlich, ein paar Monate später, ins Meer, und ich persönlich, ich hätte gerne das, ich will wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist, was war, als sie vom Meer zurückgekehrt sind, der Plan, wer hat das Heft in die Hand genommen, ist Armin derjenige quasi, der diesen ganzen Kriegsplan aufstellen wird, ähm, mit dem sich unsere Crew gegen, äh, Mali rächen wird, oder wer ist es, weißt du, wer ist unser neue Hauptkettin, wer nimmt das Heft in die Hand, das will ich sehen. Genau, ne, man muss auch sagen, diese eine Szene, da war ja von Staffel 3 Ende, ne, da war ja auch Eren, der vor, ähm, Christa, hieß sie so? Ja, genau. Da hat er dieses komische Gesicht gezeigt, als er dir eine Hand geküsst hat, oder so, ne, das war ja auch nochmal so, da fragen dich ja auch noch viele, was da jetzt eigentlich abgegangen ist, was da eigentlich so bedeuten hat, das ist auch wieder so eine Sache gewesen, auch dass er wieder einen Zusammenhang hatte, was da jetzt irgendwie passiert ist, was wir auch noch jeder sagen. Äh, auf jeden Fall, abschließend, äh, worüber wir vielleicht auch noch ein bisschen einzeln reden sollten, damit wir das in den nächsten Folgen nicht, äh, nochmal nachholen müssen, ähm, ähm, das ist ja auch das erste Mal so richtig, richtig, ähm, dass wir die, ja, die meisten anderen Titanen präsentiert bekommen haben, ähm, zum Beispiel diesen, äh, wie heißt das, Jaw Titan, also dieser Kiefertitan. Ja, Kiefertitan, was war noch? Äh, hier der Typ, hier die Olle, die, ähm, das ganze Zeug ist auf dem Rücken trägt. Genau, äh, ja, Peek hat ja auch noch ihren Titanen. Genau, genau. Und, äh, einer wird ja noch kommen in den nächsten Folgen, soweit ich weiß. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das irgendwie auf Promoart drauf war, aber ich will's mal nicht spoilern. Ähm, was war der Eindruck von den neuen Titanen? Äh, irgendwas dabei, wo du sagst, ja, man, Design ist geil. Also, ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, von den Typen, also Kiefertitan finde ich richtig nice. Kiefertitan sieht richtig cool aus. Kann man sich ja gar nicht bestellen, also es sieht richtig nice aus, wie der so Aufbau, wie er sich so bewegt. Bei Peek, bin ich ehrlich, äh, der Typ trägt einfach, das ist ja der, der trägt hier eine Sache zu sich mit und macht ja nicht viel, also sieht irgendwie echt beschissen aus. Muss ich ehrlich sagen, also Peek als Charakter, als Charakter finde ich sie wirklich ziemlich cool, ne, ich mag sie irgendwie, keine Ahnung, die hat so ein gewisses Etwas, wo man eigentlich sagen kann, dieses Mädchen kann man leiden, aber so ihr Titan sieht einfach total scheiße aus. Ich bin nicht ganz ehrlich. Aber der Kiefertitan besser. Ja man, ich mag's generell, ähm, dass zum Beispiel der Kiefertitan so ein bisschen so, äh, Konturen hat. Das ist so etwas, das mir an Eren's Titan immer gefehlt hat, am, äh, Attack Titan, so weißt du, dass er einfach nur nackig ist, genauso wie bei, äh, Annie's, äh, Female Titan und so, ne? ich mag Konturen einfach, deswegen mag ich den Panzertitan so sehr, deswegen mag ich den Kiefertitan so sehr und einen anderen Titan, der noch, äh, im Laufe der Serie eingeführt wird. Ähm, ich mag einfach Kontraste, ich glaube, das ist es. Also ich hab schon immer einfarbige Sachen gehasst irgendwie, äh, sei es Gundams oder sei es jetzt irgendwie Fleischmeckers, äh, auf jeden Fall hab ich große Erwartungen. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, technisch gesehen bin ich von der vierten Staffel bisher ziemlich begeistert. Also, das Ding ist, ich will nicht immer sagen, dass ich begeistert war, hätte ich diesen ganzen Bullshit vorher nicht mitbekommen, von wegen Leute heulen über CG oder wir haben ja Monate vorher so mitbekommen, was für eine Produktionshelle diese vierte Staffel sein soll. Wenn ich all das nicht gehört hätte und ich hätte ganz normal einfach alle vier Staffeln am Stück geguckt, ey, ich bin ganz ehrlich, bis auf die Tatsache, dass es offensichtlich CG ist, hätte ich nicht mal gemerkt, dass sich das Studio geändert hat, weil das so high quality ist. Also, ich bin richtig geflasht und, äh, das Ding ist, es kann immer noch schlechter werden, weil traditionell ist es so, dass Animationshighlights sich meistens am Anfang und am Ende einer Serie befinden. Ja, normalerweise ist es ja so, immer so, Folge zwei ist es dann wieder schlechter, aber es wundert mich, dass Folge zwei sogar produktionsmäßig noch besser war. Also, ich, du hast ja auch gesehen, diese eine Szene, wo die sich so emotional bewegt haben, wo diese drei, diese vier Kinder da im Hafen waren und dann, ne, diese eine so geredet hat oder wo die beim Essen waren, diese Bewegung da gemacht haben. Das war, finde ich, schon ziemlich gut gemacht, von der Animation her. Ey, warte mal, mit dem Essensding meinst du doch die Stelle, wo Gabi ihre Geschichte erzählt, Genau, genau, oder und, genau, diese Szene meine ich und diese Szene, wo Udo, dieser Typ mit der Brille, dieser andere Junge, auch geredet hat und seine Meinung so rausgehauen hat, da hat er sich genauso bewegt. Ich fand das so richtig gut gemacht, von der Animation. Das war so super, Frau Mappa, super, wirklich. Ja, und das ist das Ding, das wurde zum Beispiel als Negativbeispiel genommen, zum Beispiel die Szene, wo Gabi am Essenstisch ist und wo ich mir denke, Alter, was sind eure Ansprüche, dass ich das negativ finde? Weil, guck mal, ich bin mir sicher, du hast in deinem Leben bestimmt auch voll viele Anime mit schlechtem CG gesehen, ne? Ja. Und ich hab viele Anime geguckt und leider muss ich sagen, ein paar meiner Lieblingsmanga haben leider Anime-Adaptionen bekommen, die wirklich kein gutes CG haben. Kengan Ashura. Und dennoch, und dennoch, ey, wenn ich für alle Anime, für meine Herzensmanga, so eine Adaption bekommen würde, wie dieser Mappa-Anime, ne? Alter, Jackpot. Also, ich verstehe gar nicht, wie Mappa das aktuell macht mit den anderen Serien auch, die auch alle visuelle Highlights sind, Alter. Haben die alle Leute unter Vertrag, die es auf der Welt gibt? Wie schaffen die das? Auf jeden Fall, wenn wirklich die Hälfte meiner Serien so aussehen würde, wie die vierte Staffel Attack von Titan, wär ich sehr, sehr happy. Ich sag nur Black Clover, ich sag nur Black Clover. Ey, Black Clover hat auch ein paar Folgen, okay? Und bei einem ununterbrochenen Anime, bei einem ununterbrochenen Anime, finde ich, darf man nicht mehr Ansprüche stellen. Ja, gut. Ich meine, der Vergleich wäre wahrscheinlich Boruto, von wegen, ob Boruto jetzt im Schnitt besser aussieht als Black Clover. Ja, ja. Aber mein Eindruck wäre eher gewesen, es behält sich ungefähr auf dem selben Level. ja, ja, ist auf dem selben Level wirklich so. Nur, dass Black Clover manchmal noch ein paar andere Dinge hat, aber ja. Ja. Nächstes so weniger, wir reden nicht über Assa, wir reden über Eren, Rainer und Gabi. Rainer, von dem ich ganz klar sagen muss, dass er nicht attraktiv ist. Ähm, aber ungeachtet dessen, ähm, würde ich jetzt gerne auch von unseren Zuhörern wissen, Leute, wie habt ihr eigentlich die ersten drei, ähm, Folgen von Attack on Titan Staffel 4 aufgenommen, die finale Staffel? Seid ihr gehypt? Worauf freut ihr euch am meisten? Und bitte versucht Leute nicht so sehr zu spoilern, wenn ihr Spoiler benutzt, benutzt Spoiler-Tags und so weiter. Ansonsten freue ich mich drauf, ab nächster Woche, jede Woche mit Akira über die einzelnen Folgen im Detail zu reden. Und ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, weil ich hab sowas noch nie gemacht. Ich glaub, du hast da auf jeden Fall mehr Erfahrung mit deinem Content. Das heißt, ab nächster Folge muss, beziehungsweise der nächsten Episode von uns, musst du ein bisschen mehr das Ruder in die Hand nehmen. Okay, ich versuch's. Okay, ähm, wichtig mir auf jeden Fall, wie gesagt, folgt Akira auf seinem Twitter-Kanal, mindestens, auf seinem YouTube-Kanal ebenso, äh, liked alle Videos, dies, das. und lasst uns auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von der aktuellen vierten Staffel, weil, wie ihr vielleicht raushört, wir sind sehr begeistert. Okay, hast du noch irgendwelche Abschiedsworte? Nee, eigentlich nicht. Hast alles gesagt. Ja, ich freu mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall nächste Woche. Ach, weißt du schon, was nächste Woche passiert? Ich hab's überhaupt nicht mehr im Kopf. Man hat auf jeden Fall schon ein bisschen der Preview gesehen. Achso, Previews guck ich nie, deswegen, okay. Achso. Ich meine, nicht, dass ich's brauche, weil ich den Manga gelesen hab, aber ich find das... Ich auch nicht, aber ich find das immer gut, wie das dann aussieht, ne? Achso, ja, klar, aber das ist halt so Gewohnheit, weißt du? Mhm. Ich hab, ich weiß nicht, was es ist, aber nicht mehr bei Anime, wo ich genau weiß, was passieren wird, kann ich mir die Previews schauen. Ey, ohne Spaß, ich hab bis heute zum Beispiel nicht einmal die Preview-Segmente von Hunter x Hunter gesehen, ne? Obwohl die zum Beispiel am Ende immer so ein bisschen Comedy-mäßige Einlagen haben, ich hab das noch nie gesehen, weil ich das einfach nicht kann. Ich kann diesen Schluss von Anime sein, weil ich gucke. Aber gut, Leute, lasst es mich wissen, ob Baka auch die Previews guckend sein. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Schreibt es rein. Ciao. Ciao. Got it.